um Prozor einmal und Neustizium 4 5 und 1 5 und das Jochen in dem Mann besondere Taktikern Loll ich glaube das war irgendwie eine Falle würde ich mal sagen natürlich da kommst du dich mal raus ja gefegt wenn ich komme raus Lohr ist gemacht einfach länger gedrückt haben wo auch vor Ort ist wie das Sprint und so wie du kannst er hat meist ihn Ohr ist der Deckel fehlt der Deckel fehlt von Pils jetzt fehlt alles ja jetzt pass auf Alter die kann auch springen ich würde auch renn einfach durch was soll ich denn da machen soll ich da umringen oder was ja im richtigen Moment was machst du denn da lass dir einfach fahren ja ich fahr durch meinst du ne oh ne oh 14 das war schlecht egal ne ne 14 plus 16 sind 30 Ohr diese Scheiß Hand und wieviel Sterne brauchen 100 mit meinem Leben ja oh Lässe Berlin jetzt haben wir sie mit Timing Ups okay Taktikern 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 sotworks Taktikern 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 so ist egal dass sie sind auszuschlagen der ist noch sehrelli bei der Stimme 50 Taktikern 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 LR wirklich er ist nun was gut ist gut ja noch viel mehr zu machen wort das muss man leben mehr so ist bis morgen aber das macht er wie soll ich 9 verabschiedet was auch an der rechte wie soll er das machen mann im Zettel Profi wir haben wer hat er schon zwei Jahre geschafft hat Euro und zu sterben jetzt war das nicht immer eine solle ich doch gar nicht schafft er ist nicht ich bin was er ist wenn du machst du so er ich weiß wo man verweckt insofern sprich nicht aus die Städte ja auch wieder ein Profi richtig Profi das einmal darf man das aufwohlen wenn du es einmal machst kannst du uns mal aufdrehen sie probiert Rutschwippe was rutschen wir wollen Rutschwippe man rutschwippe rutschwippe auf jeden Fall nur 10 lehmers ja mach das macht das jetzt auch so ist es die Foto H 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 schafft man sich viel zu schnell ohne sagt in den für die für die das ist für die Kälte er hat er er macht es das schweizende ja das war ich nie das war nur für Leben mann und mann den Kriegsrunden Vertrauen ist ich bin die so schnell wiederholen ein Kassel und durchgehend so hoch in die Sterbe dieser die Störze erhältlich wird die Kierke er hat er gebetet dass sie sich erhältlich ist es ist gesprungen nach einigen Zollerbäckung mit dir was dann für das sehen was die Mannschaft manipuliert ja genau nur vor die Beinigung bis man die die das ist es so ist für die richtige die Gini so dass sie den Akkusen nicht dass sie oder dass sie diesen genetischen tun okay zu es ist die das ist die der er wahrscheinlich mann nicht er er ist das ist das ist die an sie das ist die 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 das ist 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 Du hast mich ablehnt. Du hattest mal 10 Leben. Dann waren es nur noch 8. 7. Oh, 7. Siehst du, wird immer schlechter. Du hast nur 3. Da waren es immer noch 3. Ja, egal. Ich wäre immer weniger. War Frombose, also. Du musst groß bleiben. Dann kannst du so ausprobieren. Dann kannst du mir auch einfach so rüberspringen. Ich glaube, du erst mal groß. Ja, klar. Ja, an dem ich auch freue mich. Ja, malerweise fremd. Komm, mach. Guck mal, wie er sich dukt. Nein. Okay. Oh, Christian. Mach das jetzt nicht. Mach das Level gleich nochmal. Wie soll man das machen? Stimmt's jetzt. Stimmt's jetzt. Nein. Kann man nicht sterben. Oh, 22. Mir hat sie jemals um dein Leben erreicht. Boah, yeah. Schon 30 Jahre alt. Ja, über 2 L. Da, da. F2. Okay, schon muss die Züge zu werden. Ich hole nochmal hier in die Dinger. Nein, man. Oh, unnötig. Doch, ich ziehe das ganz schnell durch. Wenn ich es nicht schaffe, dann ist es verkackt. Komm, das Spiel. Ich bin ja nicht. Japaner? Ja, Japaner. Japaner-Style. Oh, Japaner-Style. Amaline oder so. Okay, Japaner nehmen ja keine Münzen, ne? Nee. Japaner dann durch. Was? Ja, ja, ich bin halt ein deutscher Japaner. Ja. Okay. Also, ja, okay. Kann man eigentlich überhaupt nach links springen? Äh, wann? Links springen? Du kannst springen und dann nach links ziehen. Ja, ich wusste nicht, ob das um Luggen geht. Okay, das geht auch. Ja, ich bin ja nicht. Der Rutsch war ziemlich lang. Ja, das ist mir schon klar. Du brauchst mir an, aber nur gerade springst, dann springt er gegen. Ja. Nein. Spring hoch. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh scheiße. Sehr gut. Du brauchst mir an, aber nur gerade springst, dann springst du. Du brauchst mir das niemals. Mach dich zu dunkeln und nicht mehr. Jetzt nehmen wir mal mit Andro. Ich mach das jetzt so. Das schaffst du so nicht. Ja, Andro schafft man das als recht nicht. Natürlich, weil dann springst du nämlich viel schräger so rein. Okay, auf deine Verantwortung. Ja. Ich hätte es auch so geschafft. Ja, jetzt überleben auch zu leveln. Jetzt kommen wir wieder runter. Und diesmal musst du auch springen. Ich weiß. Okay. Manchmal ist das nicht so bewusst. Ja, ich weiß nicht, wann ich springen muss. Ja, dann mal unten. Ja, jetzt wäre schon klar. Jetzt. 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 Nochmal mal so zu levelnig. Du hast es geschafft. Ja, okay. 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 Geil. Du kannst gut zu level. Tube-Timing. No, das ist was Besonderes. Oh, ich hab's für die Kisten. Kisten? Kisten, man sie sehen. Ja. Aber es ist ouais, es ist unsere St oculten. Die Sachen von... Von... Luigi, ja. Wo, wie, es geht. Oh, Pils. Nein, nein, nein. Mario. Mario. Oh. Ich glaub, ich fag runter. Ja. Ich glaub, ich fag herunter. Ich denk mal, die von... Ja? Dingsland? Ja? Dingsland. Ja, die fallen hoch. Ahaha scheiße. Warum wies nicht oben lang? Fuck. Oben lang? Was? Was zur Hölle? Ey, warum musst du schüsseln? Nehmen wir mit. Dann gehören wir zum Heimgang. Oh nein! Fall die Seitwirt! Was zur Hölle? Hä, mach ich auch immer. Die Steine... Naja. Danke. Brauch ich ja nicht alle diese Dinger hier sammeln. Obwohl, wie viele Münzen hab ich noch? Schade. Uh. Äh. Da geht's ja nicht. Ach, nein. Ja ja, hier ist springer. Super, super. Na ja, das war. Da wird so fliegt. Ja, das war so. Ah, da! Das war ja so... Man, da vorne hier oben! Das war ja so unfair. Das war ja so blödesig. ich bin ich habe da dritt er wusste ich dass das kommt aber wohl als er ist klar Mann so läuft er ist fast ein Leben so ein paar Minuten ja 8 8 8 8 Münzen wo 8 8 8 ja sie spinnt seitlich ok geingang ach der blink war dann geheimnis ja mann ich bin dran oh ja jetzt kommen wir zu Welt 1 2 herzeln ja ich will das nochmal meinst du das ja man kann das ja noch zu Ende spielen ja machen wir gleich Top Secret ja Mario stimmt schon voll so ein Fan ah ich glaub hier ist eine Pflanze drin und das ist jetzt das Secre ach toll und das hast du jetzt genommen kann man einmal wieder rein willst du es versuchen oh ich kann noch weiterspielen nein du bist dann Luigi oder willst du auch nochmal spielen soll ich machen ja verdammt ja verdammt ja das ist doch Mario oh du Depp hab ich gesagt aber dankeschön oh bitte kein Ding das ist 2 das ist 2 für uns ok das bin ich immer noch dran soll ich speichern ja ja ich will ich will ja ich muss so nicht tun ok ok und wenn man nicht mehr von ja ich die Frau zum wieso wieso wo dann hier und die Steine von trotzdem seiten jetzt ja und die und die die gehört den normalen Weg Paulia und Schlau ja ich sag's mal ja was soll ich noch machen also ich wirklich wenn ich mal umlangen gegangen wäre gar nichts passiert das war ja lustig was war das jetzt? Ich bin groß geworden doch was soll ich jetzt auch groß nein ich bin klein geworden das ist klein geworden Alter Falke Joah, es ist mir auch egal ja hier soll es allein schnell hochgehen ich glaube da geht schneller hoch jetzt gehen oh man ja mach das erst mal und sie erst mal die Pflanze Leute kann ja von Läger einfach in die Pflanzen